Aber es ist doch so, früher, wir haben doch früher wirklich, da hat man sich richtig verliebt. Früher hat man jemanden kennengelernt. Man hat sich ein paar Mal verabredet, man war immer zusammen weg. Und wenn man sich geküsst hat, das war was Besonderes. Da war man zusammen, da gab es keine Diskussion. Oh, was ist denn jetzt? Was ist unser Status? Fuck you, Status. Man hat sich geküsst und da war man zusammen, weil man sich verliebt hat, verdammte Scheiße. So ist das abgelaufen. So nicht anders da. Sorry, das regt mich nur auf bei den Jungen. Ist doch so. Weil sich mal das heutzutage anhören. Oh, wie ist denn der Status? Oh, offene Beziehung. Es ist kompliziert. Wo ist denn die Romantik hin? Heutzutage, die treffen sich, poppen da rum und nach drei Monaten wird man gefragt, sind wir zusammen? Nein, du hattest schon... Wir hatten drum und uns noch keinen Liebeskummer gehabt. Und das richtig, das hat richtig wehgetan. Das hat richtig wehgetan. Na?